Die Bundesrepublik Deutschland hat der georgischen Regierung humanitäre Hilfe zugesagt. Verstehst du doch sowieso nicht, was die da reden. Mich interessiert doch nicht, was die da reden. Ah! Hey! Du schon wieder. Ich muss ausziehen, bitte. Was ist los hier, Helbert? Ja. Es ist Sascha. Sascha. Sie wissen hoffentlich, dass wir auf die Gerüchte der Einheimischen nichts geben, Herr Neumann. Sascha! Amen.